Hallo und herzlich willkommen zum Uploadplan von der 1. Novemberwoche, 31.10. bis 6.11.2016 und heute ist Montag, heute ist Feiertag, heute kommt noch ein Livestream, ca. 16 Uhr wird dieser starten, 15 oder 16 Uhr, da war ich mir noch nicht sicher, es könnte auch 15 Uhr sein, dann wie gehabt, Dienstag bis Sonntag geht es dann weiter mit Minecraft 296 bis 301, mehr in den 100er Schritt überschreiten, wird man auch lange nicht mehr, dann am Dienstag und Donnerstag kommt um 16 Uhr Life is Feudel, Forest Village und am Mittwoch und Freitag kommt die Dashcam vom Eurotrack, das ist ein ganz neues Format und darum geht es, ich fahre eine Strecke, eine gewisse Strecke mit einer Ladung und das tue ich dann so in Zeitraffer ein bisschen abspielen, weil die Folgen sind so ca. also ungeschnitten 20 die kürzeste und 3 Stunden die längste, so und dass man da einen gewissen Rhythmus reinbekommen, würde ich dann schon sagen, dass das in gewissem Maße verkürzt wird, das heißt aber jetzt nicht, dass ich die 20 Minuten dann in einer Minute so stark kürze, dass es dann irgendwie ein bisschen komisch ausschaut, aber ihr werdet das schon dann sehen, ja es ist heute Halloween, Reformationstag, darum ist heute Feiertag zumindest bei uns und habe mir ein bisschen Adobe mäßige Musik im Untergrund abspielen lassen, ist jetzt zwar nicht das Beste vom Besten, aber ich finde es schon ganz lustig. Nächste Woche kommt Transportfever raus und da freue ich mich schon ganz gewagt drauf, am 8.11. ist das nämlich, da werden wir dann nämlich wieder täglich Folgen vom Transportfever haben und das ist, wenn mich alles zeugt, ein Dienstag und dieser Dienstag wird wahrscheinlich auch entweder abends, spätabends die erste Folge rauskommen oder dann am Mittwoch und das wird dann wahrscheinlich dann auch zu einem aller zwei Tage Projekt werden, also Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Sonntag, weil die Formel 1 Staffel, die fällt jetzt komplett weg, was mich natürlich auch ein bisschen ärgert, aber ich kann es nicht ändern, es geht einfach nicht weiter, weil ich in Spanien Grand Prix nicht reinkomme. Es hängt auch nicht an Aufnahmeprogramm, ich habe das auch mit den Einstellungen noch ein bisschen runtergestellt, sodass ich mit den kleinsten Einstellungen, es ist ja immer noch im Fenstermodus, aber wenn ich da die kleinsten Einstellungen einstelle, ich mache das mir immer noch ab, ich habe keine Ahnung wie, warum, hm. Ich kenne das von anderen auch, dass da einfach mal Typ Connection lost und ja, muss man dann auch immer mal gucken, mir hat jemand gesagt, wenn das bei dir in Spanien auch nicht klappt, Monaco wird da wahrscheinlich ganz schlecht werden, habe ich so gesagt, okay, okay, gut, hat mich schon gelobt, dass ich die ersten Rennen, glaube ich war 3, 4, 4 glaube ich, ne, 3, 4, warte mal, das erste, das erste war Bahrain, das zweite war Russland, ne, 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 das ist, ist vierter war Russland, dann kam China als dritter, Bahrain, was war denn erstes, als erstes, auch ich weiß es gerade gar nicht mehr, ach Australien, Australien, genau, Australien, Bahrain, hier China und dann russland also ich glaube ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und ist die woche bis zur nächsten folge oder bis zum nächsten projekt das wäre dann ja heute nachmittag der live stream weil die heutige mein kauf von 3 30 auch mal was anderes dann wünsche ich doch einen schönen tag